Musik Musik Is Aqu Salz Hallo Hallo Hi Andi Wir sind nur hier Andi Orche ری Das war's für heute. Ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel. Ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel. Ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel. Ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel. Ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel. Ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel. Ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel. Ich bin hier mit den Trennitzel, ich bin hier mit den Trennitzel. Das ist eine andere Akademie. Es gibt 26 Routes. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Buenas tardes, contento de la visita de esta gente del Manchester, gente que busca interiorizarse de las cosas que hacemos, para todos los clubes de Emirates, que venga gente importante para dialogar und zu haben, wie sie arbeiten, was wir machen, was wir machen, um zu ändern. Es ist sehr wichtig, dass sie ein paar Tage sind, um nicht nur die Training der ganzen Klubes zu sehen, sondern auch einige Spiels zu sehen. Ich komme hier und spreche über Fútbol, weil die Influenz von überall auf der Welt kann nur mich als Trainer verbessern, weil ich eine bestimmte Meinung habe, wie wir zu entwickeln. Aber ich bin nicht nur eine Person in der Welt über Fútbol. Ich denke, dass alle Worte zusammenfassen werden, wird die Entwicklung des Spiels zu verbessern. Ich denke, dass man als Trainer offen muss, zu hören an andere Philosophie, zu hören an andere Methoden, zu diskutieren. Ich denke, dass wir heute auf die Akademie haben wirklich geprägt. Ich glaube, von meinem Kollegen, dass alle Trainer, insbesondere die Trainer und die Trainer und die Trainer der Akademie, haben die Recomendationen, die sie veröffentlicht haben, als sie in Manchester veröffentlicht haben. Und sie kamen zu unserer Akademie, in Flat Lane. Die Facilitäts, die wir hier sehen, sind besser. Und die Qualität der Kinder haben einen höheren Standard als ich erwähnt habe. Das ist toll, denn ich glaube, dass wir spielen unseren Spiel in jeder Seite der Welt. Und ich bin froh, dass wir die Pathway haben, für die Kinder, nicht nur für Fútbol und Sport, sondern auch für die Ausbildung, sondern auch für die Ausbildung. Wir können sie helfen in jeder Aspekte der Zukunft. Und die guten Kinder, hoffentlich, werden sie ein Tag repräsentieren ihren Land. Und wer weiß, all die Welt. Ich bin froh, meine erste Besuchung zu Abu Dhabi. Aber, wie ein Coincidence, wir haben sie, mein son und Vater, haben wir hier in September geflogen. Sie sind die Schule, und sie sind absolut über die Moon, wie wir sagen, mit Abu Dhabi. Und ich habe mich zufriedlich geflogen. Ich denke, es ist ein fantastisches Ort. Und ich werde wahrscheinlich besitieren hier drei, viermalen ein Jahr nachdem ich Sonntag. Absolut, wirklich. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ich bin froh, die Besuchung zu der Club hier. Sie haben sehr speziell aus dem Nachmittag in Deutschland in Manchester. Es hat sich sehr gut gesehen, was wir haben über die Präzise Information, was wir in Manchester Sie können definitiv sehen, was sie versuchen zu halten. Es ist sehr positiv zu sehen, die Philosophie und die Vision, was sie wollen. Das wird dauern. Aber ich denke, wir sind in der richtige Richtung. Es ist toll, die Jugendliche in der 20s. Und Sie können definitiv sehen, ein froh, die Jugendliche. Es ist toll, zu sehen. Ich bin froh, es ist mein zweites Mal hier. Und die hospitality und die Leute sind fantastisch. Es sind große Leute, die Leute und große Leute. Und auf dem Manchester Stadt, ich bin froh. Wir sind in ein Mongole alle en und die ich die 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 zu die alles ist Ich habe noch ein paar Dinge in der Stadt gearbeitet. Ich habe einen Sprach und eine Aufmerksamkeit. Ich habe eine gewisse Leistung für die Menschen lengthen. Ich habe eine Art und Weise gesehen, die ich habe in diesem Land gearbeitet. Ich habe auch einen Sprach und einen Sprach-Lieb. Ich habe schon einen Sprach-Lieb. Für die Konferenz und die Veränderung, die ich will, und die Veränderung von der Produkte. Ich habe die Konferenz mit der Veranstaltung in der Behandlung mit der Veranstaltung gemacht. Ich habe die Veranstaltung mit dem Sieg-Starsity gemacht. Ich habe meine Behandlung mit der Veranstaltung für die Veranstaltung und die Veranstaltung. und die Kürtel in den Emeralden und die Kürtel in der Akademie. Wir sind in der Schraudung und das ist nicht nur die Züge für die Mischlöse der Praxis. Wir haben die Räuste von der Räuste von der Räuste und haben wir vor fünf Jahren. Wir haben die Züge für die Züge von der Anwendung von der Mischlöse der Praxis geholfen. und die Verkaufung der Verkaufung der Verkaufung der Verkaufung. Wir haben uns die Verkaufung, die wir in den Verkaufung haben. Das ist eine Art von der Verkaufung der Verkaufung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018